Guten Tag Leute! So, willkommen zu der kleinen Ankündigung hier. Ich weiß, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Ich hoffe, es sehen noch ein paar. Heute zum ersten Advent gibt es einen kleinen Stream und als kleine Überraschung habe ich mir jemanden eingeladen und zwar den guten Fresh Fries. Wir spielen heute zusammen Project Cars. Alle, die es für den PC haben, können natürlich herzlich mitspielen. Das ist natürlich selbstverständlich, weil mit euch zusammenspielen ist natürlich immer ein bisschen schöner. Heute 14 Uhr, Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach mal draufdrücken, dabei sein, Spaß haben. Das wäre schön. Ja, ich sage dann bis dann. Tschau und Tschüss!